Das Ibstal. Die pulsierende Lebensader im Herzen des Mostviertels. Hier, am nördlichsten Punkt der Eisenstraße, wo der Sonntagberg, eingegrenzt zwischen Böhlerberg und Kematen, den sanftügeligen Ausläufer der nördlichen Kalkalpen markiert, wird seit gut 150 Jahren Stahl veredelt. Ist übrigens nicht die korrekte englische Übersetzung für Bandstahl. Um aus warmgewalztem Stahlband Föstalpine Precision Strip Produkte herstellen zu können, braucht es Hitze, Druck und Hirnschmalz. Das heißt, durch Kaltwalzen, Wärmevergütung und Know-how ändern wir Form, Eigenschaften und Oberfläche des Bandes. Wir walzen beispielsweise den dünnsten Bandstahl der Welt und machen auch noch eine Rundung dran. Ohne unseren Präzisionsbandstahl wäre das Ihr Esstisch, das Ihr Besteck und das Ihre Pommes. Vorausgesetzt man könnte sie überhaupt schneiden. Wir erzeugen das Formaterial für Sägen, Messer, Federn, Werkzeuge und viele kleine Bauteile, die zum Beispiel in Kraftwerken, Autos, elektronischen Geräten, Luxusuhren, Möbeln und vielen anderen Dingen verwendet werden. Kurz gesagt, bei uns dreht sich seit 150 Jahren alles um Bandstahlprodukte mit dem Fokus auf höchste Präzision. Föstalpine – One Step Ahead Karte